Oder gar nicht mal so einfach, so sag ich das mal. Ah, nee, nee, nee. Ist doch nicht wahr. So, da seh ich jetzt überhaupt nicht durch. Da müssen wir von oben dann wahrscheinlich rüber. Doch, geht sogar. Geht sogar. Aber hier kommst du echt nicht ohne, Yoshi. Irgendwie ungeschoren vorbei. So, Kettenhundenweg da oben noch wählen. Gehen, viel mehr. Wenigsten wird die Musik in die Langweilig in dem Mario. Aber hat die Glaube auch schon mal erzählt. Das ich das so empfinde. Gut, es gibt auch Mario-Titel. Ich glaube, es ist Super Mario Sunshine oder sowas. Da natürlich auch schöne Musik, aber da ging es mir dann am ehesten schon so, dass man das, wenn man das immer und immer wieder hört, dann irgendwann mal nicht mehr so feiert. Obwohl, naja, ich hab ja gesagt, schlecht ist sie da auch nicht. Die Musik. War auch ein recht eigenwilliges Mario-Spiel, ne? Das war doch diese mit dem Staubsauger hinten drauf. Ach nee, Staubsauger ist ja Luigis Menschen dann wiederum. Das war doch so eine Wasserspritzpistole oder sowas, ne? Was er da hinten drauf gehabt hat? Ja, genau, da muss es doch Farbe wegspülen oder sowas ständig. Glaube ich. Mit. So, komm mal hier. Dann nehme ich mir noch ein paar Knochen mit. Wer weiß, wozu die mal gut sind. Schlüssel, jawoll. Was war das? Es sind vier Wege dann nur, ne? Ach nee, Kanonengang ja unten auch noch. Stimmt. Das stimmt. Echt, es ist... Es zieht sich zu lang hin für meinen Geschmack. Da hab ich so die kürzeren Level... Ähm, doch lieber, muss ich sagen. Und ich achte selbst auf meinen eigenen Level. Obwohl ich nicht... Ich hab ja schon öfter mal verlauten lassen, der Profibauer oder sowas bin. Aber da achte ich selbst da schon immer drauf, dass die nicht zu lang wären. Ne, glaub ich brauch hier drin Yoshi auch, ne? Der ist da lebensnotwendig, glaube. Ja, stimmt, das ist doch dieser Segen. Ja, stimmt. Segen-Dingsi. Zeugs. Da geht's ja ohne Yoshi gar nicht. Stimmt, stimmt. So war das. Hier bloß konzentrieren. Dann geht's eigentlich. Und flink's ein. Mit dem Daumen. So, raus damit. Boah, ich hab auch schon den ganzen Tag über Kopfschmerzen. Ich dachte beim Let's Playen, da wird's jetzt besser. Aber nix da, nix da. Und ich da erst eine Tablette nehme oder sowas, da muss schon ordentlich was passieren. Weil ich bin auch nicht so der Fan von irgendwelchen Chemikalien. Aber da ist Chemikalien. Na gut, das sind ja Chemikalien. Nehmen wir mal an. Aha, da ist ja nix pflanzlich drin in so einer Aspirin oder sowas. Du kommst hier nicht weg, du kommst hier nicht weg. Hm. So, jetzt nur ne Bomben? Ich glaube schon, ne? Hier unten die Kanonen. Und dann wartet wieder. Ey, wenn ich da jetzt durchkomme. Dann würde ich so feiern, du. Hm. Hm. Aber mir ist immer noch so, als hätte ich jetzt was vergessen irgendwo. So ist mir. Was macht denn dieser Panzer hier überhaupt? Was hat der hier überhaupt zu suchen? Hm. So, durchrasen. Hau den Joshi gleich weg. Nein. Okay, okay. Das war's. Ey, ich hau jetzt ab. Ich hab die Schnauze voll jetzt hier. So kurz vor Schluss wieder, ey. Nee, da zieht sie mich echt hier ein bisschen mal zu lang hin. Da lasst uns abhauen, da lasst uns abhauen. Wie mach ich dann am besten? Auf Plus natürlich. Stern geben hab ich ja schon gegeben. Zum Speichern. Schlecht ist das Level ja nicht. Das muss man ja dazu sagen. Aber, ah, er zieht sich. Er zieht sich gerade hier im zweiten Part, im zweiten Teil. Und das ist so schade. Das ist so mega schade. Ich sag ja, da hätten drei Gänge für Bomben gereicht. Und womöglich auch noch ein bisschen was easier gestaltet. Ja, für meinen Geschmack. Da gibt's natürlich wieder Spieler, die haben damit nicht die geringsten Probleme. Aber für solche Durchschnittsspieler wie mich oder sowas, da ist das echt nix. Da ist das echt nix. Das tut mir lauid, das tut mir lauid. So, was denn hier los? Server down oder wie? Kopfschut, kannst du jetzt nicht aufhören? Hat Nintendo Feierabend gemacht? Wie spät ist es denn? 21.30? Ja, ich glaube, da machen die mal Feierabend. Gut, gut. Wie gut das auch wäre, wenn du nur socken könntest, wenn da irgendwie wer arbeitet bei Nintendo. Das wäre echt nicht verkehrt. So, ich kann hier unten nochmal die ID einblenden, falls ihr das selbst zocken möchtet. Da unten, da sieht man es ja. 3,93% glaube ich waren das eben. Na ja. Haben das nur abgeschlossen. Geschafft, geschafft. Okay. So, Ewa fortfahren, da hat der Devin ja, hab ja erzählt, zuvor schon noch ein Level eingereicht gehabt. Da hatte ich, ja, da wo ich wenigstens mal reingucken möchte, hineingucken möchte in dieses Level, da hatte ich mir noch mal ein bisschen was vorknöpfen möchte. Aber Ewa, das tun, mache ich mal hier einen kurzen Cut, kurze Unterbrechung. Und, ja, werde mir mal Nese schnäuzen und mir doch noch eine Kopfschmerztablette hinterknöster an. Bis denn. So, da wäre ich wieder zurück. Wir gucken doch gleich mal hinein in den Devin. Seine Einsendung, da muss ich jetzt ein bisschen mal selbst gucken, glaube sogar. Wie sich, oder wo sich das denn in seiner Liste befindet. Mal gucken, wo ich ihn finde. Ach nee, hier bin ich ja komplett verkehrt. Ich muss ja da auf Minus drücken. Für meine, oder für die Level, denen ich einen Stern gegeben habe, dann eben. Hab zukommen lassen. Und dann werden wir mal beim Steve reingucken. Ja, das geht sogar. Prima. Prima, prima. Und dann meinte er, das ist einer seiner ersten Level gewesen. Einer seiner ersten vielmehr. Ja, also muss halt ja ziemlich weit unten, glaube ich, sein. Mal gucken. For Champions Level World Record, glaube. Das meinte er damit, oder? Möchte sagen, the second Champions Level. Aha, 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 aha. Hier hat er richtig viele gebastelt dann. Bist du sechs dann? Aber da ist bis zu sechs. Ach nee, hier oben geht es sogar noch weiter. Achtet, neuntet, zehntet, elftes. Ah, wir nehmen mal das allererste. Ich glaube, das meinte er. Das soll ich, daran soll ich mich mal probieren. Daran versuchen, ja. Ah, aha, oh, da unten, da sieht man die ID noch. Mal gucken, wie viel Abschlussrate. 0,21 Prozent. Ach du Scheiße. Wer weiß, was da los ist, Junge. Das ist ja nicht übel. Da gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Ich glaube, das ist haarig. Das ist doll schwer. Weil er ist auch kein übler Levelersteller, so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe. Und da geht es doch schon los. Ich habe hier überhaupt keinen Plan, was ich machen muss. Ich muss wahrscheinlich die Rankelpflanze da oben links erwischen. So kann ich mir das vorstellen. Oder über die Kugel will ich es nach rechts. Aber was bringt dir das? Du kommst ja da nicht hoch hinaus, ne? Kannst du ja mal probieren. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Ich habe ihn nicht erwischt. Oh, was sind da los? So viele Kreuze. Das ist ja nicht wahr. Mal gucken. Ah nein, wie der oben ging. Ja, wenn, dann hast du nur sehr wenig Zeit, da irgendwie durchzuhuschen, glaube ich. Durch diese Feuerstiebe, so sage ich das mal. Diese rotierenden. Gucken, vielleicht erwische ich die. Nee, ja. Wer ist, oder noch früher abgesprungen, wäre ich da oben womöglich wieder gelandet. Gegen solch Feuerdingsi. Na, sag ich ja. War eigentlich perfekt abgesprungen, um den Kugel Willi da zu erwischen. Aber man hat ja gesehen, da waren selbst da drüben schon irgendwelche Xer. Also haben sie, oder hat schon der ein oder andere sich daran probiert. Da wäre eben ein guter Zeitpunkt gewesen, oben durchzuspringen. So, ob du den nochmal erwischst. Jetzt womöglich. Ja, ich weiß auch nicht, ob man darauf stehen kann. In der Mitte, auf diese Blöcke, ja, die die Mitte eben markieren, von den rotierenden Feuerball-Dingsis. Ob man darauf stehen kann. Müsste ich mal probieren. Ah, das hat hier auch sehr viel mit Timing, glaube ich, zu tun. Du musst auf die Kugel Willis achten, wie die denn kommen. Wahrscheinlich jetzt schon hoch, ne? Ja. Ah, ich habe nicht mitbekommen, ob man darauf stehen kann, ey. Also beim zweiten Mal schießen womöglich. Dann sofort hoch und dann hast du da... Ach doch, da kannst du. Also zumindest sah mir das da eben aus. Danach aus, vielmehr, dass du da drauf stehen kannst. Ah, ja, stimmt. Einmal nur warten. Ja, ich glaube schon. Da musst du dann recht flink erneut abspringen. Und über den längeren Pringel da auch noch drüber hinweg stürmen, ja. Ah, scheiße, scheiße. Aber das geht, das geht, okay. Da kommt auch immer ein Manscher nach oben. Fällt mir jetzt erst auf. Wenn der da kurz hervorguckt. Wahrscheinlich auf eine Schiene gepackt. Aber das heißt wahrscheinlich mit Sicherheit doch. Aha. Boah, ich glaube aber, das ist mir hier so heikel. Das ist ja dann noch lange nicht das Ende des Levels. Weil, wenn du da oben schon guckst, unter der Zeit, unter dem Punktestand, wie viele Münzen du hier auch drin sammeln musst. Oder kannst. Ich glaube, ein Muss ist es nicht. Ah, er springt nicht. Er springt nicht. Dann kann sich das ebenfalls noch hinziehen. Dann ist das hier nur der Anfang. Der Kleine, womöglich. Oh. Ach so, ja, stimmt. Ah, da musst du weiter wegspringen. Aber er hat da die Lücke extra gelassen. So sah mir das aus da oben. Dass man über diese Feuersäule noch drüber hinweg springen muss. Zu spät, ne? Ja, zu spät. Zu spät. Aber interessant ist das schon. Und er meinte, das hat er damals mit zwölf gebastelt. Wer kommt denn mit zwölf Jahren schon auf solche Ideen, ey? Ist doch nicht wahr. Ja, das sind die Profi-Soccer daneben. Ah, nee, nee, nee. Aber auch gut, dass das hier im Super Mario World-Stil daneben gehalten ist. Weil er ist mein Liebster. Er ist echt mein Liebster. Oh, der war schon gar nicht mal so verkehrt, ey. Ah, scheiße. Das ist doch nicht wahr. So, jetzt komm. Komm, Mario. Zeit lassen. Ja, mir fehlt da die Fingerfertigkeit auch zu. Wirklich, wirklich noch pixelgenau zu landen und abzuspringen, dann eben wieder kurz nachdem er gelandet ist. Sofort dann eben wieder wegzuspringen. Da fehlt mir das. Aber es scheint, naja, was heißt es scheint möglich zu sein? Es muss ja möglich sein. Weil er musste ja das Level wenigstens einmal auch selbst abgeschlossen haben. Ah, ich bin wieder zu spät. Ich dröme. Und du haut das mit den Kugelnbeläsen wieder nicht hin, ne? Ah, da war ich auch zu spät für. Jetzt aber. Ah, nein, 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 nein. Du musst echt beim zweiten Mal ballern hoch dann. Jetzt. Oh, scheiße. Wieder hängen geblieben an der Kante. Da musst du dir auch echt durchmogeln. Da durch die dünne, durch die schmale Ecke. Womöglich. Ich weiß ja nicht, ob es hier irgendwelche unsichtbaren Blöcke eventuell auch noch gibt, die dir das Leben erleichtern können. Muss mal gerade hochspringen. Siehst du, das wäre doch mal ein Einfall. Da vielleicht eventuell noch. Was versteckt das Scheiße? Oder doch über die Kugel will ich es nach rechts. Oh. Gucken. Ah, nee. Den habe ich nicht mehr erwischt. Aber da ging es noch richtig doll weit nach oben. Da hättest du das über die Kugelbrüste dann auch nicht gepackt, glaube ich. Um nach oben zu kommen. Probier mal. Naja, du kommst ja nicht nach oben. Das ist es. Diese Dreh-Dingsis, die kommen ja so beschissen dann oben. Die kommen ja so beschissen, dass du gar nicht Katzen gerade nach oben abspringen kannst. So hoch wie es nur geht. Du kannst natürlich im Biskum was springen. Aber eben nicht gucken, so hoch wie es nur geht, ob da oben noch irgendwie was versteckt ist. Ich glaube, das ist mir hier schon zu heftig. Sehr, sehr, sehr zu viel. Way too much. Wenn man an den Stern rankommen würde, der verlockt auch immer noch ein bisschen. Aber du kommst ja... Oh, jetzt habe ich wieder geschüttelt hier die Remote. Du kommst ja da unten nicht durch, durch die Wolke. Da ist ja ein Blocker vor. Ist mir gleich als allererster ein Auge gestoßen. Nun war ich wieder... Hab wieder zu lang gewartet. Um als dass sich hier eine Lücke für mich auftut, die man hätte nehmen können. Oh, alter Schwede. Okay, hier brauchst du den Stern daneben. Was kam da eben runtergeflattert? Alles Chlor. Aber wie willst du den bekommen, ey? Da musst du direkt nach dem zweiten jetzt herunter. Ah, da kommst du nicht ran. Da kommst du nicht ran. Obwohl ich noch nicht mal getroffen wurde. Da war doch nichts dran an mir, ne? Ach, vielleicht der Manscha auch. Vielleicht war ich nur nicht richtig links dran. Das kann möglich gewesen sein. Ah, so kacke, ey. Aber dass ich den geschafft habe, du, das hat mir überrascht gerade. Den Sprung. Das war nicht übel. Ich werde doch nochmal Pro Soccer, ey. Braucht wahrscheinlich nur Training. Oder einen Coach vielmehr. Ah. Vielleicht doch einen Coach. So, jetzt, äh. Ah, wieder zu weit gesprungen. Wieder zu weit rauf auf diesen Block. Äh, das ist nicht wahr. Das geht doch gar nicht. Na, komm schon. Da war die Lücke noch groß genug. Muss da echt genau bei sein. Nein, zu, zu wenig. Zu beschissen abgesprungen. Ich glaube, hier verliere ich. Hier versuche ich mich auch nicht mehr oft dran. Weil mir ist hier schon klar, okay, das ist zu viel für mich. Das ist viel zu viel für mich schon. Ah, komm schon. Ah, komm schon.